Hallo, hier Herr Felix. Heute zum Thema gleiche Teilnehmer, aber unterschiedliche Inhalte beziehungsweise unterschiedliche Ausbaustufe oder verbesserte Stufe vom Ersatzteil. Mit dem AGR-Modul gewechselt, ganz bekannt, 2,0 Liter VW, SGR, Skoda, Audi. Da haben wir hier uns das bestellt von der Firma hier und wissen, dass es unterschiedliche Ausbaustufe gibt unter Entwicklungsstufe und verbesserte Stufe. Einmal mit einer schwarzen Punktweiß, ich glaube auch ein grüner Punkt und zum Schluss, die neueste Variante ist im Endeffekt, wenn man es weiß, hier ein Dreieck. Von dem her schauen wir immer von unserer Kunde, dass wir das beste Produkt verwendet können. Einfach, dass wir die eine Reparaturnummer einmal ausführen, nicht so wie hier, das ist ein Fahrzeug. 25 Monate ist das Bautall wieder kaputt. Von dem her lieber etwas mehr Geld investieren und sich mit der Problematik beschäftigen, und schauen, was ist das Beste für unsere Kunde. Bis bald, euer Felix.